Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen auf meinem Kanal Kreativliebe. Ich würde mit euch heute gerne eine besondere Karte machen, denn ich möchte eine Dankeschön-Karte machen für jemanden, der Kaffee liebt. Und was bietet sich da mehr an, wie das Kaffee-Thema zu nehmen, wenn man schon weiß, was derjenige mag. Also habe ich jetzt das Kaffee-Thema für mich ausgesucht und ich habe was für euch gezeichnet. Und das zeige ich euch jetzt. Und das Ganze könnt ihr euch wieder ausdrucken. Ich habe es auch als SVG-Datei und als Studio-Datei, das heißt auch alle mit einem Plotter können sich das dann direkt schneiden lassen. Aber jetzt möchte ich euch erst mal zeigen, um was es geht, nämlich es geht um diesen Kaffeebecher. Und dieser Kaffeebecher soll eine Karte werden. So. Und die werden wir heute zusammen machen, weil ich fand diese Idee von diesem Kaffeebecher eigentlich einfach total lustig, also von diesem Coffee to go. So diese Tassen an sich kennt man ja. Es gibt Tassen, die man im dreidimensionalen Stil basteln kann. Es gibt aber auch Tassen, die man zweidimensional basteln kann. Aber so ein Coffee to go habe ich irgendwie jetzt noch nirgendwo aufgeschnappt oder ich habe es einfach noch nicht gesehen. Und deswegen habe ich mir gedacht, basteln wir heute mal eine Coffee to go Karte. So. Und jetzt zeige ich euch aber erst mal, wie das Ganze im Design Space aussieht. Ich habe leider nur das Design Space zur Verfügung und zeige es euch da. Und dann werden wir die Karte im Anschluss zusammen basteln und gestalten. So. Dann bis gleich im Design Space. So. Im Design Space. Und hier seht ihr quasi alle meine Kreationen. Und da gibt es auch die Coffee to go Karte. Und da gehe ich jetzt einfach mal drauf und klicke auf Anpassen, denn ihr könnt das Ganze natürlich auch noch anpassen. Also so, wie ihr das möchtet. Ich habe hier jetzt das eingestellt, dass es 27 Zentimeter auf 9 Zentimeter ist. Jetzt muss ich es euch nur ein bisschen kleiner machen. Genau. Also dass es 27 auf 9 Zentimeter ist. Oder 9,3 Zentimeter ist. Ihr könnt es natürlich anpassen von der Größe. Also ihr könnt es größer, kleiner stellen, wie auch immer ihr möchtet. Bei meinem Plotter ist es jetzt so, dass der maximal die Maße 30 auf 30, glaube ich, schneiden kann. Und deswegen bin ich jetzt auf die Variante mit den 27 Zentimetern ausgewichen. Ihr könnt ihn natürlich auch kleiner schneiden lassen als zum Beispiel Anhängerchen oder sowas. könnt ihr die auch schneiden lassen, also wenn ihr jetzt irgendwie Anhänger braucht. Und diesen Kaffeebecher gibt es dann auch nochmal, den stelle ich nochmal ein einzeln, was heißt ohne, dass es jetzt zur Karte wird, sondern einfach nur der Kaffeebecher. Genau. So. Und jetzt bin ich im Design Space schon wieder fertig. So viel war es nicht. Und dann werden wir jetzt zusammen die Karte basteln. So. Also wieder zurück am Basteltisch. Hallo. Wir werden jetzt die Karte fertig machen. Ich habe mir die jetzt einmal mit dem Plotter ausschneiden lassen. Die ganzen Dateien stelle ich euch wie immer unten in die Videobeschreibung und auch die PDF zum Ausdrucken könnt ihr euch da rausholen. Und im ersten Schritt werden wir das jetzt einmal knicken. Und zwar schaut, dass ihr da halt eben aufeinander seid. Ihr könnt euch, wenn ihr möchtet, in eurem Plotterprogramm, je nachdem was ihr eben habt, auch genau bei der Hälfte eine Faltlinie ziehen. Das ist euer Plotter, das ist dann schon mal falsch. Mir reicht das jetzt so aber vollkommen aus. Deswegen belassen wir das so. So. Einmal geknickt, geknickt, geknickt. So. Jetzt wollte ich fast nicht mehr raus. Und jetzt möchte ich gerne noch eine Bandarule um diese Karte machen. Und zwar, die soll in der Stärke 3 cm sein, also 3 cm dick. Und da hole ich mir jetzt für mal mein Schneidebrett und schneide mir aus diesem Kraftpapier einfach einen 3 cm Streifen raus. Bei der Bandarule müssen wir tatsächlich ein bisschen tricksen. Macht aber nichts. Dadurch, dass dieser Coffee-to-go-Becher, also ich habe den mit Absicht ein bisschen schief gezeichnet. Nicht, dass ihr euch wundert. Also ich habe den mit Absicht so gezeichnet, dass sie eben nicht ganz gerade ist, weil ich finde halt, so hat er viel mehr Charme, wie wenn man ihn einfach gerade zeichnen würde. Deswegen habe ich den so gezeichnet. Und dann ist natürlich das Problem, wenn wir in dieser Schräge arbeiten, ne? Ihr seht, dann überlappt sich das ganz anders, wie wenn wir jetzt gerade arbeiten würden. Ich zeige es euch jetzt einfach mal, bevor ich jetzt da viel erkläre. Ich gehe relativ weit hoch. So, und dann seht ihr das Problem, nämlich, es überlappt sich. Und das ist ganz komisch, ne? Und das macht aber nichts. Wir tricksen da jetzt einfach. So, wir schneiden das jetzt hier mal ab. Ziehen das runter und kleben das jetzt erstmal zusammen. So, da, da, da. Und werden das jetzt zuschneiden. Und zwar hier oben werden wir das Stückchen, was jetzt hier einfach überschaut, das werde ich jetzt gnadenlos abschneiden. So, und hinten drauf, nehmen wir uns jetzt einfach nochmal ein Stück von dem, was wir noch übrig haben quasi und schneiden das einmal zu. Und dafür lege ich mir das hier einfach bündig drauf auf das Reststück und schneide mir das hier zu. So, und klebe mir das dann hier hinten drauf. Und dann schaut es nach einer ganzen Banderole aus. Aber wir haben quasi getrickst. So, einfach ein bisschen Kleber. Oh, ihr seid ziemlich weit oben. Ich hole euch mal ein bisschen runter. So, und dann kleben wir das hier nämlich drauf. Und warten einfach kurz. Und dann sieht es schon nach einer Banderole aus, die wir mögen. So, jetzt müsst ihr natürlich aufpassen. Das habe ich jetzt hier falsch gemacht. Also, es ist schon mal gut zu wissen für euch, dass ihr es quasi nicht so macht. Also, hier in der Mitte dürft ihr natürlich keinen Kleber drauf bringen. Denn sonst klebt euch das später alles zusammen. Ja, aber dadurch, dass wir die jetzt noch nicht brauchen, legen wir die jetzt erstmal zur Seite, lassen die trocknen. Und dann ist es auch gar nicht mehr schlimm. So, ich schmau mal meinen Kleber zu. Denn ich möchte meine Coffee-to-go, meinen Coffee-to-go-Becher nämlich noch verschönern oder gestalten. Und dafür brauchen wir jetzt tatsächlich doch kurz die Banderole. Denn ich möchte gerne, jeder kennt, glaube ich, diesen Kaffeeladen. Da möchte ich gerne so einen, ja, so eine Art Banderole machen, aber doch ein bisschen anders. Also, ich habe mir hier einmal so einen Glitzerfarbkarton ausgestanzt mit einer Kreisstanze, mit einer etwas größeren. Die verlinke ich euch unten auch. Und auch mit einer kleineren. Ihr könnt die natürlich auch mit dem Plotter schneiden lassen. Mir gefiel das nur recht gut, weil das eben hier diese Stickknähte hat. Deswegen hat mir das jetzt ganz gut gefallen und ich habe mich dafür entschieden. So, und jetzt würde ich sagen, stempeln wir erstmal feuchtfrühlich drauf los. Nämlich, ich habe mir hier dieses herzlichen Dank rausgesucht. Und das möchte ich gerne hier drauf stempeln. Und jetzt bin ich am überlegen, ob ich mich das so traue oder ob ich es mich nicht so traue. Ich glaube, ich traue es mich jetzt einfach so. So, wir sehen es dann. Wenn es nichts wird, stemmen wir es halt nochmal aus. So, also ich nehme das jetzt hier mit meinem Acrylblock einmal auf. Und nehme mir mal ein Stempelkissen. Ich nehme immer das Versa-Fein-Clair. Ihr könnt aber auch nehmen, was ihr möchtet. Und jetzt ist die Frage, ob wir es, ja doch, wir Stempel sind schwarz. Die Frage hat sich schon erledigt. So, und jetzt schaue ich natürlich, dass ich relativ mittig bin. Wenn nicht, dann soll es so. Ich bin nicht mittig. Ich sage es euch gleich. Also es soll so. Es soll so. So. Und dann haben wir hier unseren herzlichen Dank drauf. Das legen wir jetzt auch erstmal zur Seite, weil wenn man da rein datscht, verschmiert es. So, das kommt erstmal zur Seite. Und dann hoffe ich, dass jetzt meine Banderole, die ich verpatzt habe, schon, ja, getrocknet ist. Perfekt. Und dann können wir die nämlich schon hier drauf packen. Und ich möchte natürlich den Kaffeebecher jetzt nicht so ganz nackig lassen. Deswegen habe ich mir, den habe ich von der Kreativmeister in München, da habe ich euch schon mal ein Video zu gemacht, zusammen mit der Julia von der Bastelgalerie, mit der war ich nämlich da dort. Ich verlinke euch das Video nochmal hier oben. Und dann habe ich mir von Gummi Japan diesen Kaffeebecher geholt und die passende Stanze dazu. Und die waren nicht teuer tatsächlich. Ich kann euch leider nicht mehr sagen, wie viel es gekostet hat. Also ich glaube 1,50 oder sowas. Genau. Aber mit denen werden wir jetzt, oder was heißt aber, mit denen werden wir jetzt arbeiten. So. Und den habe ich mir jetzt schon mal auf dem Acrylbuck befestigt. Und ich habe von Versa Color, habe ich die Nummer 94 in Bronze. Und die passt natürlich super cool zu dem Ausgestanzen, was ich hier habe, weil das auch so einen Bronzeton hat. Und damit werden wir jetzt hier noch die Kaffeebecherchens draufstempeln. Ihr könnt da auch, wenn ihr jetzt keinen Kaffeebecher habt, ja, das ist jetzt auch ein glücklicher Zufall, aber wenn ihr keinen Kaffeebecher habt, könnt ihr natürlich auch irgendwelche Blümchen oder sonst irgendwas benutzen. Also ihr müsst jetzt nicht, seid jetzt nicht zwingend angewiesen auf Kaffeebecher. So, nichtsdestotrotz stempele ich den jetzt hier ab. Ja. Und auch unten nochmal. Da werde ich den jetzt nicht mal ganz drauf kriegen. Jetzt nehme ich mal einfach so ein Schmierblättchen und die hier drauf. Dasselbe mache ich jetzt unten auf der rechten Seite nochmal. So, und dann haben wir unseren Kaffeebecher auch schon aufgehüpft. Ich finde, das sieht super wutzig aus. Und das Glitzern kommt leider nicht so gut rüber, aber es ist eine wirklich schöne Farbe und glitzert auch toll. So, und dann hoffen wir, dass unser Gestempeltes jetzt schon trocken ist und nehmen uns das einmal zur Hand und werden das jetzt hier drauf kleben. Ihr könnt es mittig kleben, ihr könnt es auch ein bisschen nach oben kleben oder nach unten oder wie ihr das gerne hättet, denn das befestigen wir dann hier einmal oben drauf. So, und ich glaube, ich mache es aber tatsächlich mittig. Also heute ist die Sprache schwierig bei mir, aber ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem. So, wir haben es schon spät abends. Vielleicht liegt es da dran. Also ich bringe jetzt hier einmal Kleber auf und klebe das auf der Mattung sozusagen fest. Und dann könnt ihr entscheiden, was ihr macht. Ihr könnt es natürlich mit Abstand aufkleben. Das ist euch überlassen, also dass es nicht direkt aufklebt, sondern mit ein bisschen Abstand. Ich entscheide mich jetzt aber tatsächlich für gleich aufkleben, also direkt und gebe hier einfach auf die Banderole ein bisschen Kleber drauf und klebe mir das hier einmal hin. So, jetzt ziehe ich die hier noch einmal ab. Nicht, dass ich mit Kleberbarz. So, und das lasse ich jetzt mal kurz trocknen und dann sehen wir uns gleich wieder. Dann können wir noch ein bisschen Deko für Elefants oder sowas aufbringen. Da gucke ich mal, was ich so habe oder ob was gefällt. Und dann ist die Karte eigentlich auch schon fertig. So, ich sage es immer wieder, was würden wir nur unter die Halbperlen vom Action tun. Also die hier, da ist natürlich jetzt die passende Farbe, Gott sei Dank, dabei. Und ich würde jetzt da einfach links und rechts noch eins hinkleben. Ihr könnt noch hier oben drauf eins kleben oder wo ihr eben lustig seid, das ist euch komplett alleine überlassen. Ihr könnt noch Blümchen draufkleben oder sonst irgendwas. Also könnt ihr ausdekorieren bis zum geht nicht mehr. So, einmal und zweimal. Was übrigens auch eine Idee ist, ist, wenn ihr einen Wassertankpinsel zu Hause habt und ein bisschen Aquarellfarbe oder sonst irgendwas, könnt ihr hier die Konturen von diesem Deckel nochmal ein bisschen nachahmen, wenn ihr das möchtet. Dann sieht es oben nicht ganz so nackig aus oder ihr geht einfach mit einem Bleistift nochmal drüber und zeichnet so ein bisschen die Umrandung. Also hier ist so eine kleine Rundung und hier ist so eine kleine Rundung entlang ein. Das könnt ihr aber machen, wie ihr lustig seid. Ihr könntet auch noch die Kaffeebecher da oben hin stempeln. Also da sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und dann haben wir unsere kleine Kaffeekarte auch schon fertig. Könntet ihr natürlich auch cool für eine Freundin Einladung zum Kaffee trinken oder sowas. Oder generell irgendwie bei euch zu Hause eine kleine Feier, könnt ihr die natürlich gut hernehmen. So, da hat sich ein Fussel drauf versteckt. Und wenn ihr die dann natürlich aufklappt, habt ihr massig Platz, um eure Glückwünsche, um euren Dank, so wie jetzt in meinem Fall. Oder, 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 eure Einladung, wann, wo und wie lang geht es hinzuschreiben. Aber das ist euch dann komplett alleine überlassen. So, dann war es das von mir für heute schon wieder. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, ihr Lieben. Passt gut auf euch auf und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann, macht es gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.